Deutschlandfunk Kultur Kriminalhörspiel Als ich noch klein war, hab ich es oft vermasselt. In Läden oder bei Leuten zu Hause glitten mir die heimlich geschnappten Dinge gern aus den Fingern. Sie fühlten sich an wie Fremdkörper, die nicht in meine Hand passen wollten. Die Fremdkörper zitterten leicht, machten sich selbstständig und so wie ich das spürte, fielen sie auch schon zu Boden. In der Ferne war dann stets dieser Turm, nur eine Silhouette, im Nebel schwebend, als wäre es ein Tagtraum aus alter Zeit. Jetzt passieren mir solche Fehler nicht mehr. Natürlich ist nun auch der Turm verschwunden. Der Dieb. Kriminalhörspiel nach dem Roman von Huminori Nakamura. Bearbeitung Heike Tauch. Erwischt. Wie bitte? Mir war die junge Frau mit ihrem Sohn sofort aufgefallen. Nicht nur wegen ihrer Kleidung. Sie hatte mit ihrem Knie kurz das Kind angestoßen. Darauf es erst eine Packung Fischfilets, dann Rahmennudeln, dann eine Tüte Chips in seiner Uniqlo Papiertüte verschwinden ließ. Ein Tuch war so drapiert, dass es die Waren bedeckte, wenn man die Tüte ein wenig schüttelte. Der Junge erlangte konzentriert zu, wie es die Mutter erwartete. Er bewegte sich geschickt und darauf bedacht, ja, nicht entdeckt zu werden und dadurch die Mutter in Schwierigkeiten zu bringen. Da drüben, die Frau im dunkelblauen Mantel. Sie gehört zum Laden. Sie hat euch beobachtet und wird die Polizei rufen. Entweder sie bezahlen oder sie lassen alles liegen und verschwinden, sie und der Junge. Ich ging zur Kasse und reihte mich in die Schlange. Ich schwitzte. Als ich endlich draußen war, zündete ich mir eine Zigarette an. Wer bist du? Willst du mich lächerlich machen? Ich habe ihnen nur gesagt, dass sie beobachtet werden. Ich gebe meinem Kind zu essen, wie es sich gehört. Niemand hat das Recht, mich blöd hinzustellen. Ich wollte sie nicht blöd hinstellen. Weil ich es nämlich auch getan habe. Ich wollte sie nur warnen, das ist alles. Sie sollten dankbar sein. Wie immer, wenn ich in die Stadt zum Arbeiten ging, trug ich etwas bessere Kleidung. Die Frau musterte mich von oben bis unten. Du hast sicher Geld. Ruf mich an, wenn du Zeit hast. Zehntausend wären okay. Hier, meine Karte. Geschminkt sehe ich übrigens viel hübscher aus. Ich war also zurück. Zurück in Tokio. Der Stadt, aus der ich geflüchtet war, vor Wochen oder Monaten. Nach dieser unglaublichen Aktion. Ich hatte kein Gefühl für die Zeit. Sie war weiter geflossen, in ihrem eigenen, immer gleichen Tempo. Warum wieder Tokio? Warum ging ich dieses Risiko ein? Ich wusste es nicht. Vielleicht wegen Ishikawa, meinem Freund. Er war in Kreise geraten, mit denen man lieber nichts zu tun haben will. Und jetzt hatte ich keine Ahnung, wo er sich aufhielt. Gut möglich, dass er bereits tot war. Vor mir ging ein Mann mittleren Alters mit schwarzem Mantel und silberfarbenem Aktenkoffer in der rechten Hand Richtung Bahnsteig. Er fiel mir sofort auf. Der Mantel war von Brunello Cuccinelli, ebenso sein Anzug. Am linken Handgelenk blinkte unter der Manschette eine silberne Uhr. Ein Rolex Datejust. Der Mann war es nicht gewohnt, allein mit dem Shinkansen zu reisen und hatte sichtlich Mühe mit dem Kauf der Fahrkarte. Er beugte sich vor und seine Finger krabbelten wie fette, feiste Käfer orientierungslos über den Automaten. Da bemerkte ich das Portemonnaie in seiner linken Manteltasche. Mein Herz begann schneller zu schlagen. In sicherem Abstand fuhr ich die Rolltreppe hoch und stellte mich mit einer Zeitung hinter ihn. Ich musste es schaffen, bevor er in den Zug stieg. Mit meinem Rücken die Sicht von rechts verdeckend faltete ich die Zeitung, nahm sie in die linke Hand, senkte sie, um das Geschehen abzuschirmen, holte langsam Luft und hielt den Atem an. Ich ließ Zeiger- und Mittelfinger meiner rechten Hand in seine Manteltasche gleiten, klemmte den Rand der Brieftasche zwischen die Finger und zog. Ein wohliger Schauer durchfuhr mich von den Fingerspitzen bis zur Schulter. Die Spannung in den Fingern durfte jetzt nicht nachlassen. Ich legte die Brieftasche in der Falte der Zeitung ab und steckte sie in die Innentasche meines Mantels. Langsam atmete ich aus. Während ich spürte, wie meine Körpertemperatur wieder anstieg, beobachtete ich aus den Augenwinkeln die Umgebung. Das elektrisierende Gefühl beim Berühren des verbotenen Objekts, die Benommenheit nach dem Eindringen in die Privatsphäre einer fremden Person, waren noch immer da. Kleine Schweißperlen liefen mir den Nacken hinunter. Ich holte das Handy aus meiner Tasche und steuerte auf das Kaufhaus Mietskursch zu. Beim Weggehen tat ich so, als würde ich Mails checken. Wenn du jemanden mit einer Milliarde hunderttausend klaust, ist das ein Klacks. Aber wenn es auf dieser Welt keinen Besitz gäbe, gäbe es auch keinen Diebstahl. Ishkawa hatte gerne solche Sachen gesagt. Er war ein wahrer Meister seines Fachs. Eine Zeit lang waren er und ich ein Team. Für mich hatten seine Bewegungen etwas vom Schönsten überhaupt. Doch dann war alles mit einem Schlag vorbei. Ich schloss mich in einer der nur schwach beleuchteten Kaufhaus-Toiletten ein, zog mir dünne Handschuhe über und inspizierte meine Beute. In der Brieftasche des Rolex Datejust-Trägers waren 96.000 Yen, 300-Dollar-Noten, eine American Express Gold-Kreditkarte, ein Führerschein, ein Fitnessclub-Ausweis sowie die Rechnung eines Nobelrestaurants über 270.000 Yen. Als ich die Brieftasche schließen wollte, entdeckte ich noch eine Karte von undefinierbarer Farbe, unbedruckt. Solche Karten kannte ich bereits, Member-Karts für Bordelle. Jede Brieftasche, jedes Portemonnaie offenbart den Charakter und Lebensstil seines Besitzers. Die Handys bergen sie persönliche Geheimnisse und nehmen unter all den Dingen, die ein Mensch mit sich herumträgt, eine zentrale Rolle ein. Die erworbenen Kreditkarten verkaufte ich nie. Ich hielt mich an die Methode, die Ishkawa mich gelehrt hatte. Wirft man ein Portemonnaie in einen Briefkasten, gelangte es zur Polizei und die schickte es an die Adresse, welche auf dem Führerschein steht. Als ich die Toilette verlassen wollte, irritierte mich etwas in der Gegend einer meiner verborgenen Innentaschen. Elektrisiert schloss ich mich wieder ein. Es war eine Bulgarie-Brieftasche mit 200.000 Yen, alles neue Banknoten. Neben diversen Kreditkarten fand sich auch eine Visitenkarte des Vorsitzenden eines Wertpapierhauses. Schon wieder? Schon wieder, dachte ich. Ich konnte mich nicht erinnern, wann ich nach ihr gegriffen hatte. Sie war von allem, was mir an diesem Tag in die Hände gefallen war, das kostbarste Stück. Nur noch ein Überfall? Nur noch ein Überfall, hatte Ishkawa mir gesagt. Dann ließ sie in Kizaki gehen. Ich bin bei dieser Firma. Kizaki. Das war sein Boss damals. Vielleicht ist es auch keine Firma. Ich weiß es nicht. Aber ich muss da raus, bevor es zu spät ist. Es gibt da nur ein kleines Problem. Kizaki will, dass du mitmachst. Ich war schweißgebadet aufgewacht. An meinen Traum konnte ich mich nicht mehr genau erinnern. Weit hinter den Wohnhäusern und Strommasten ragte schemenhaft aus dem Nebel der Turm ein unerschütterliches, zum Himmel aufragendes Monument. Ich rauchte zwei Zigaretten und dachte an Ishkawa. Wegen ihm, wegen unserer Freundschaft, hatte ich damals eingewilligt, bei dem Raubüberfall mitzumachen. Mir wurde eng um die Brust. Und ich hatte das starke Bedürfnis, unter Menschen zu kommen. Doch als ich die Tür öffnete, hockte da der Junge. 300 Gramm Schweinefleisch, Ingwer, Kopsalat, Lotuswurzeln, Karotten, Rahmnudeln, die du magst. Was machst du hier? Dass mir der Junge das letzte Mal gefolgt war, wusste ich. Aber bis vor die Haustür, das hatte ich nicht bemerkt. Unaufhörlich kratzte er sich mit der rechten Hand am Bein. Was willst du von mir? War das die Kälte oder ein unbewusster Tick? Na, zeig mal her. 300 Gramm Schweinefleisch, Ingwer, Kopfsalat, Lotuswurzel. Unmöglich. Zum Stehlen nicht geeignet. Du musst Konserven nehmen. Und wenn Gemüse dann eingelegt ist, in kleineren Beuteln. Und jetzt lass mich durch. Der Junge blieb stehen und schaute mich weiter schweigend an. Er trug wieder seine abgewetzte grüne Jacke und hielt in der Hand eine braune Tüte. Also gut. Als ich in die Wohnung ging, folgte er mir mit seiner Tüte. Ishkawa hätte gelacht bei diesem Anblick. Ich nahm eine Tasche und hielt nach einem Taxi Ausschau. Wohin? Ich möchte mitkommen. Der Supermarkt von neulich geht nicht mehr. Die haben dich auf dem Kieker. Wir müssen weiter weg. Ich nannte dem Fahrer eine Adresse und ließ mich in den Sitz fallen. Der Junge schaute zum Fenster hinaus, die Lippen fest verschlossen. Dann betraten wir den riesigen Supermarkt im Untergeschoss eines Kaufhauses. Und los ging's. Fass mich hier rechts am Mantel. Tu so, als wäre ich dein Papa. Okay. Ich nahm eine Packung in Scheiben geschnittenes Schweinefleisch und ließ sie in meiner schwarzen Tasche verschwinden. Die Tasche hatte einen durch das Muster kaschierten Schlitz. Man musste den Reißverschluss nicht öffnen. Der Junge schaute zuerst auf meine Hände, dann auf die Tasche. Bleib an meiner Seite. So verdeckst du auch mit deinem Körper die Tasche. Mhm. Fünf Millionen. Für jeden. Was sagt ihr dazu? Kisaki hatte uns zur Vorbereitung der Aktion in ein völlig leergeräumtes Büro beordert. Dort saßen Ishkawa und ich zusammen mit seinen Leuten auf dem nackten Fußboden. Fünf Millionen. Wir hatten keine Wahl. Das Wichtigste ist der Plan. Wer ohne Plan ein Verbrechen begeht, ist ein Idiot. Kisaki trug einen schwarzen Anzug mit weißem Hemd, dazu eine Sonnenbrille. Sah aus wie ein Broker. Er hätte 30 sein können und auch 50. Am Hals bemerkte ich eine violette Narbe. Kisaki grinste mich an. Aber natürlich begeht nur jemand ein Verbrechen, der schon immer ein Idiot war. Wissen wir alle. Andererseits, den intelligenten, hoch angesehenen Leuten sind die Gesetze erst recht egal. Es ist nun mal so. Gäbe es kein Gesetz, wären Verbrechen sinnlos. Langweilig. Leuchtet ein, oder? Dann braucht es aber noch etwas. Eier. Er drehte sich ganz leicht zur Seite und schlug dem Typ neben ihm mit der Faust mitten ins Gesicht. Der Typ kippte zur Seite. Kisaki schlug weiter auf ihn ein, immer auf die Schläfe, als wolle er seinen Kopf in den Boden hämmern. Selbst wenn sowas wie jetzt geschieht, dann bleiben wir ruhig. Okay, Nishimura? Ich erstarrte. Kisaki kannte meinen Namen. Und den hatte ich niemandem verraten, selbst Ishkawa nicht. Der Mann am Boden richtete sich langsam auf und versuchte, sich gerade zu halten. Gut, und jetzt zu unserem Plan. Fassen wir uns kurz. Kisakis Männer sollten sich um die Dokumente eines alten Mannes kümmern, die im Tresor seines Hauses lagen. Unsere Aufgabe war es, einer Haushälterin, die gleichzeitig seine Geliebte war, davon abzuhalten, Alarm zu schlagen. Der Überfall sollte die Polizei zu einer Chinesengang führen. Im Auto würde man uns mit dem Nötigen ausstatten. Japanische Schwerter mit langen Stahlklingen für den Einschüchterungseffekt. Full-Face-Helme, um keine Wimpern zu hinterlassen. Dazu zwei Schuhtypen. Die einen mit abgeschliffenen Gummisohlen. Die anderen wie die von den Chinesen. Der Plan ist genial. Schade, dass ich nicht dabei sein kann. Alles wird laufen wie geschmiert. Und es lief tatsächlich wie geschmiert. Kisakis Männer fanden, wonach sie suchten. Niemand wurde verletzt. Später, im Fluchtauto, schob mir Ishikawa unbemerkt ein Zettel zu. Verlasse Tokio sofort. Morgen Abend um sieben. Bahnhof Shin-Yokohama. Ich wartete am Nordeingang auf ihn. Eine Stunde. Zwei. Doch von Ishikawa keine Spur. Plötzlich dann die Meldung auf den Bildschirmen. Mitglied des Unterhauses, ermordet in seinem Haus aufgefunden. Die Polizei ermittelt. Ich erkannte den Alten. Sofort kaufte ich mir ein Ticket für den nächstbesten Shinkansen und verließ Tokio noch in derselben Nacht. Als Kind musst du dich entscheiden, was du klauen kannst. Sonst wird es schwierig. Süßigkeiten und... Und Saft. Ja, sind völlig okay. Aber Gemüse, das geht schon nicht mehr so gut. Du könntest an der Innenseite deiner Jacke aber einen Beutel annähen. Dann machst du ein Loch in die Jackentasche und schaffst damit eine Art Durchgang zum Beutel. Du musst da nur aufpassen, dass er nicht so voll wird. Und deinen Schuhranzen? Zu auffällig. Eine Tasche? Eine wie für den Zusatzunterricht? Mhm. Die wäre gut. Wenn du sie mit einem Schlitz präparierst, geht da ziemlich viel rein. Oder du klaust Portemonnaies. Hab schon gemacht. Wirklich? Als ich mit meiner Mutter im Zug war. Bei so einem alten Mann, da hing das Portemonnaie aus der Tasche. 7000 Jens waren drin. Hab schon öfters gemacht. Dann zeig mal wie. Ich stand auf und steckte mein Portemonnaie in die Gesäßtasche. Der Junge stieß mit seinem Körper wie zufällig an mein linkes Bein, verlagerte sein Gewicht auch nach links und zog mir fast im selben Moment mit seiner rechten die Geldbörse heraus. Gar nicht schlecht. Aber deine Finger sind noch zu kurz. Weißt du, eigentlich geht das so. Hier. Mit zwei oder drei Fingern. Scherengriff. Den Daumen brauchst du gar nicht, aber mehr Kraft. Man kann aber auch Hilfsmittel verwenden. Eine Art Angelhaken zum Beispiel. Weißt du sowas? Hm. Ich arbeite ohne Hilfsmittel. Aber es gab einen berühmten Taschendieb, der kannte sich damit gut aus. Wer? Barrington. George Barrington. Ein Ihre, der mit einer Theatertruppe herumreiste. Und wenn er bei Reichen eingeladen war, nutzte er die Gelegenheit. Auch Parlamentsmitglieder hat er ausgetrickst. Man nannte ihn The Prince of Pickpockets. Pickpockets? Ja. Oh. Willst du? Oh, danke. Unter den klassischen Taschendieb gab es auch eine Frau namens Emily. Die hat bei ihrer Gerichtsverhandlung dem Richter die Brille von der Nase geklaut. Boah. Ja. Und bei uns in Japan? Natürlich Koharu. Die war der Wahnsinn. Früher benutzten doch fast alle Frauen Geldbörsen mit Metallverschluss, weißt du? Solche, die sich wie das Maul einer Kröte öffnen lassen. Gibt's heute auch noch. Manche Frauen trugen sie damals als Kette um den Hals. Koharu schaffte es, einen Mantel oben aufzuknöpfen, den Verschluss zu öffnen und das Geld da rauszufischen. Aushöhlen nennt sich die Technik. Absolut meisterhaft. Die konnte das wirklich? Ja, klar. Ein anderer hat mal zehn Millionen geholt an einem einzigen Tag. Zehn Millionen? Den Mann kenne ich sogar. Er ist tot. Wahrscheinlich. Mit solchen Leuten nimmt es oft ein trauriges Ende. Ich habe sie heute einem älteren Ehepaar abgenommen. Die schenke ich dir. Wenn du wieder was stehlen sollst, kauf es davon. Und bitte, komm nicht mehr zu mir. Warum nicht? Ich habe zu tun. In meiner Kindheit war da in der Ferne immer dieser Turm. Wenn ich zwischen den ärmlichen Reihenhäuschen und heruntergekommenen Wohnbaracken in die Höhe schaute, konnte ich ihn schwach erkennen. Ein aus dem Dunst emporragender Turm mit unscharfen Konturen. Ich habe mich nie gefragt, warum es diesen alten Turm dort eigentlich gab. Damals ging ich einfach in die Läden und steckte mir alles mögliche in die Tasche. Zum Beispiel Onigiris. Ich hatte kein schlechtes Gewissen, fühlte keine Schuld. Mein heranwachsender Körper verlangte nach Nahrung. Die Regeln, die andere Leute erfunden hatten, galten nicht für mich. Gierig stopfte ich mir das Reißböllchen in den Mund. Mein Blick schweifte über die Strom- und Telefonleitungen zu dem unerreichbaren Turm. Eines Tages würde er vielleicht zu mir sprechen. Was willst du? Du lebst hier? In dieser Bude? Ja. Und? Du hast meinem Kind Geld gegeben. 100.000 Yen. Willst du das Geld zurückgeben? Nicht unbedingt. Aber was hat dich dazu gebracht? Ist doch egal. Was hast du mit ihm gemacht? Mach dir keine Sorgen. Geh nach Hause. Lass mich rein. Oder ich schreie. Die Frau zog etwas vor sich hinmurmelnd ihre Stiefel aus. Als sie ihren halblangen weißen Mantel ablegte, kam darunter ein eng anliegender weißer Pullover zum Vorschein, der ihre Brüste betonte. Ich schob mit dem Fuß die am Boden verstreuten Klamotten zur Seite und wollte mich setzen. Doch die Frau kam mir zuvor. Wovon lebst du eigentlich? Und nahm die freigewordene Stelle für sich in Anspruch. Das ist meine Sache. Was willst du? Ja eben. Ich will wissen, warum du ihm 100.000 Yen gegeben hast. Hast du ihn... Hab ich was? Ich meine, du hast doch mit dem Jungen irgendwas angestellt. Oder? Wenn ich zur Polizei gehe, dann kriegst du richtig Ärger. Sie gab sich zwar alle Mühe, aber um jemanden unter Druck zu setzen, war sie viel zu aufgeregt. Ich grinste. Das würde ich eher nicht tun. Irgendeinen Grund muss es ja geben. Sie schaute zu dem Bügelbrett, auf dem Geldscheine, Münzen und Zettel herumlagen. Dann zu dem Schrank mit den Kleidern. Du hast ihn also nicht? Nein, hab ich nicht. Sie sah mir jetzt direkt in die Augen. Wenn das so ist, sei bitte mein Kunde. Ich brauch dringend Geld. Bis morgen. Lassen wir das. Soll das ein Witz sein? Willst du mich verarschen? Du machst dich über mich lustig? Puh, als könntest du keinen Sex haben mit einem Mädchen, das sich verkauft. Ich mach das auch nicht nur zum Vergnügen. Ist das verwerflich? Das denke ich nicht. Wie sollte ich auch. Es ist nur so, ich habe einen Sinn für gewisse Dinge. Wenn dein Junge weiter so in Läden klaut, wird er früher oder später erwischt. Dann stehen plötzlich die Bullen vor deiner Tür und du bekommst noch mehr Probleme. Das sagst du jetzt so, aber ich... Wenn du Geld brauchst, kannst du das hier haben. Etwa 200.000. Mit ein bisschen Glück hole ich mir das an einem Tag, aber lass den Jungen in Ruhe. Im Ernst? Zieh dich aus. Ich habe es mir überlegt. Als kleine Belohnung. Das sind ich nicht. Oh. Hm. Puh. Sehen wir uns wieder? Also so viel Geld brauchst du mir nicht mehr zu geben. Mit weniger bin ich auch zufrieden. Nein. War es denn nicht gut? Ich bin mir sicher, es war gut. Darum geht es nicht. Wenn du dein Leben ruinieren willst, okay. Aber lass den Jungen... Ich hab verstanden. Ich werd ihn nicht mehr losschicken. Aber wir, wir... Wir sehen uns wieder, ja? Im Schaufenster eines Kaufhauses war die adrett hergerichtete Ankleidepuppe eines Kindes aufgestellt. Ich überlegte, ob ich das Kleiderensemble auf gut Glück kaufen sollte. Da bemerkte ich auf der anderen Straßenseite einen Mann, der sehr wohlhabend wirkte. Mein Geld war alle. Er kam wie gerufen. Ich beeilte mich, ihn frontal zu erwischen. Vielleicht war es besser, dem Jungen nicht das teure Ensemble zu kaufen, sondern verschiedene Sachen, die er nach Belieben wechseln konnte. Er stieß den Mann leicht an und langte nach dem Portemonnaie. Mein Herz gefror, als eine Hand mich packte. Instinktiv wollte ich fliehen, aber der Griff war zu kräftig. Direkt vor mir stand. Mein Handgelenk wie in einem Schraubstock fixierend. Kisaki. Lange nicht gesehen. Ah, das heißt, ich dich schon. Mit eisernem Griff steuerte mich Kisaki durch das Gewühl von Kabukicho. Bunte Neonlichter, Autoschlangen, hochaufragende Häuser. Die Menschen strömten vorbei, ohne uns zu beachten. Wir ließen die Glitzerwelt hinter uns und betraten ein unscheinbares Gebäude. Hinter einer Tür ohne Namensschild befand sich eine zweite, eine Stahltür. Und hinter dieser flutete uns purpurrotes Licht entgegen. Darin ein Knäuel von Männern und Frauen, alle nackt. Ohne seinen Griff zu lockern, führte mich Kisaki durch diese Orgie in einen kleinen Raum mit zwei Sofas. Mach an. Das hier ist die Hölle. Faszinierend. Findest du nicht? Die violette Narbe an Kisakis Hals war seltsamerweise verschwunden. Aber eine sichere Hölle. Hier darf man nur mit Gesundheitszeugnis rein. Und bist du einmal drin, dann gibt es kein Entkommen mehr. Die Hölle eben. Es war also kein Zufall vorhin auf der Straße. Du kamst auf mich zu wie ein echter Taschendieb. Brillant. Und Ishikawa? Spurlos verschwunden. Außer seinen Zähnen, um genau zu sein. Warum? Nishimura. Ich weiß schon seit langem, dass du wieder in Tokio bist. Warum habt ihr den Einbruch damals nicht allein gemacht, ohne uns? Für den zwar höchst unwahrscheinlichen, aber doch möglichen Fall, dass etwas schief geht. Dann wären Leichen notwendig gewesen, um die Polizei zufriedenzustellen. Ihr habt keine Familie. Kein Schwein interessiert, ob ihr tot seid oder nicht. Euch zu identifizieren, das wäre schwierig geworden. Und mit nichts in der Hand hätten die Bullen unser Spiel mitspielen müssen. Ihr wart frei, ungebunden, einfach perfekt. Naja, frei wie ihr wart, hättet ihr natürlich auch versuchen können abzuhauen. Die Freiheit, die hattet ihr. Beim Einbruch ging es nicht um irgendwelche Dokumente. Das Ziel war Mord. Genau. Also, fast. Natürlich sollte es nach einem Unfall aussehen. Aber ein paar Leute wussten, der Tod dieses Politikers trägt meine Handschrift. Und das ist der Punkt. Es hat gewisse Leute nervös gemacht. Warum hast du mich am Leben gelassen? Weil ich keinen Grund hatte, dich zu töten. Und jetzt möchte ich, dass du etwas für mich erledigst. Vergiss es. Du hast dich doch neulich mit einem kleinen Jungen angefreundet. Wie macht sich die Mutter so? Etwas plump, diese Art von Einschüchterung, findest du nicht? Wie blöd bist du eigentlich? Willst ein Gangster sein und wirst anhänglich? Also, idiotischer geht's nicht. Aber kommen wir zur Sache. Von jetzt an arbeitest du für mich. Weigerst du dich, müssen die Mutter und das Kind dran glauben. Dein Schicksal. Lass mich dir eine Geschichte erzählen. Heute bin ich in der Zerlaune. Vor langer Zeit, als die Sklaverei in Frankreich noch weit verbreitet war, lebte dort ein Adliger mit Macht und Ansehen wie ein König. Doch obwohl er fast jeden Tag mit mehreren Frauen schlief, plagte ihn die Langeweile. So wurde für ihn ein 13-jähriger Jüngling gekauft. Der Adlige betrachtete den Jüngling und dachte, wie reizvoll es wäre, seine ganze Zukunft zu bestimmen. Von Freude und Leid bis hin zum Tod. So wie Gott es für Abraham und Moses getan hatte. Verstehe. Nein, nichts verstehst du. Ein ganzes Jahr lang studierte er die Charakterzüge des Jünglings. Dann schrieb er dessen Leben nieder. Die Notizen, die waren sozusagen Schicksal. Sein Leben würde genau so verlaufen, wie es im Buch geschrieben stand. Als der Jüngling 15 Jahre alt war, begegnete er einem jungen Mädchen. Das ihm sehr gefiel. Doch bevor sie sich vermehlen konnten, wurde das Mädchen weit fortgebracht. Unter Tränen nahmen sie Abschied voneinander. Natürlich war es der Adlige, der dem Jüngling das Mädchen zugeführt und auch wieder entrrissen hatte. Und mit 18 durfte der Jüngling seine Eltern besuchen, leibeigene Bauern. Doch just an jenem Tag wurde die Familie von Wegelagerern überfallen und die Eltern vor seinen Augen niedergemetzelt. Selbstverständlich geschah auch das auf Anweisung des Adligen. Der junge Mann war zutiefst erschüttert. In seinem Anlitz erloschtes, unschuldige Leuchten. Das reicht mir. Ich habe genug davon. Was willst du? Hör einfach zu. Während der Jüngling tagsüber weit am Schloss diente, erlernte er abends bei der Söldnertruppe seines Herrn die Kunst des Schwertes. Seine Wunden, die nie heilen würden, die waren nun sein ganzer Lebensinhalt. Und mit 23 erreichte der Jüngling dann den Höhepunkt seines Lebens. Das heißt, den Höhepunkt im Buch seines Lebens. Er nahm an einer Jagd auf Räuber und Banditen teil. Plötzlich stand jener Mann vor ihm, der seine Mutter und seinen Vater getötet hatte. Der Anführer befahl dem Jüngling, diesen Mann zu töten. Und er tat, wie ihm befohlen, mit Tränen in den Augen. Als der Jüngling 30 wurde, bestellte der Adlige ihn in sein Gemach. Er überreichte ihm ein Bündel Papier, das mit Zwirn seinem Buch gebunden war. Und als der junge Mann darin zu lesen begann, da sah er sein ganzes bisheriges Leben vor sich. Am Ende, so liest er, wird er für eine verbotene Liebschaft bestraft und getötet. Und in diesem Moment, da hob ein Soldat hinter ihm ein Schwert und stieß es dem Jüngling in den Rücken. Denn in der Tat führte der Jüngling seit einem Jahr eine geheime Liaison mit einer Mätresse. Der Adlige soll gezittert haben vor Freude und in größter Verzückung. Das ist verrückt. Das ist nicht verrückt. Es ist alles hier drin. In meinem Kopf. Du bist doch ein schlauer Junge, Nishimura, oder? Glaubst du an das Schicksal? Keine Ahnung. Was meinst du? Lag das Schicksal des Jünglings wirklich in den Händen des Adligen? Du wirst für mich drei kleine Aufgaben erledigen. Es sind wirklich nur sehr kleine Aufgaben. Aber sie erleichtern uns gewisse Vorhaben sehr. Als erstes beschaffst du uns in den nächsten sechs Tagen das Handy dieses Mannes. Er schob mir ein paar Fotos rüber. Aus bestimmten Gründen wollten sie ihn noch nicht töten. Sein Handy brauchten sie aber, um die Kontakte zu überprüfen. Ich könne ihn zwar auf offener Straße überfallen, aber es sei besser, wenn er glaubte, er habe es irgendwo liegen gelassen. Für die zweite Aufgabe bekam ich einen Tag länger Zeit. Sieben Tage. Du besorgst mir von diesem Mann hier irgendeinen kleinen Gegenstand. Ja, so ein Feuerzeug von mir aus. Das wäre gut. Hauptsache, man findet Fingerabdrücke darauf, denn es wird später neben einer Leiche liegen. Du, wir wollen ihn nicht in den Knast bringen. Es geht nur darum, dass die Polizei ihn verdächtigt und verhört. Ach ja, wir brauchen auch noch ein paar Haare von ihm. Mit regloser Miene betrachtete ich die Fotos, auf die Kisaki vergnügt zeigte. Vom dritten brauche ich ein Dokument. Hier. Mal schauen ihn dir an. In spätestens zehn Tagen. Er trägt es immer bei sich. Der Typ ist extrem nervös und ein Feigling dazu. Er hat eine Knarre. Wichtig ist, dass er mindestens zwei Tage nichts vom Verschwinden bemerkt. Hier ist eine Kopie. Die sollte dem Original ähnlich genug sein. Und wenn es nicht funktioniert? Stirbst du? Ja. Das sind meine Regeln. Findest du vielleicht ungerecht, aber ich beruhige dich. Die Mutter und den Kleinen lasse ich am Leben. Denn wenn der Druck zu groß ist, dann kommt es zu Fehlern. Und Fehler möchten wir vermeiden. Stimmt's? Je mehr Leichen rumliegen, umso größer die Gefahr, dass irgendetwas ans Licht kommt. Er legte alles zurück in den Aktenkoffer und schob ihn mir zu. Mir blieb nichts anderes übrig, als einzuwilligen. Hör mir gut zu. Komm her. Wenn du das Böse sein willst, darfst du auf keinen Fall das Gute vergessen. Im Angesicht einer Frau zu lachen, die sich in Schmerzen windet, seinfallslos, fühle mit ihr. Stell dir ihre Qualen vor und ihre Eltern, die sie großgezogen haben. Vielleicht hilfst du ihr. Oder du tötest sie, weil die gerade danach ist. Lass dir die Welt schmecken. Und selbst, wenn du an deinen Aufgaben scheitern solltest, koste es aus. Koste es aus, die Angst vor dem Tod. Wenn du das schaffst, sprengst du deine Grenzen. Also dann, viel Glück. Koste es aus, Als ich todmüde nach Hause kam, entdeckte ich vor meiner Tür den Jungen. Und zusammengekauert saß er da und schlief. Ich stieß ihn leicht mit dem Fuß an. Lass mich in Ruhe. Wach auf. Was machst du hier? Darf ich heute Nacht bei dir bleiben? Ausgeschlossen. Deine Mutter wird dich hier suchen. Und dann die Bullen. Die kommen nicht. Ach so. Mutter ist froh, wenn sie mich los ist. Und der Typ ist eifersüchtig auf mich. Wenn er betrunken ist, schlägt er mich. Er meint, ich störe nur. Hat er das zu dir gesagt? Ständig, weil er immer mit Mama rummachen will. Dieser Typ. Weiß er, was deine Mutter... Natürlich, er verlangt es ja von ihr. Willst du weg von zu Hause? Ja. Aber wenn ich abhaue, bringen sie mich wieder zurück. Ich bin ja noch ein Kind. Bei mir kannst du nicht bleiben. Warum nicht? Mein Job ist riskant. Ich kann jederzeit sterben. Du solltest dich nicht auf einen verlassen, der sein Leben in den Sand gesetzt hat. Aber... Was hältst du von einem Heim für Kinder? Wenn die mich wollen. Wenn du einen Haufen Formulare ausfüllst. Du willst nicht wirklich von deiner Mutter weg, oder? Ich bin kein kleines Kind mehr. Ja. Der Junge schaute zu mir hoch. In seinem trotzigen Blick sah ich mich selbst. Vor langer, langer Zeit. Ich werde mit ihr reden. Die Wohnung lasse ich offen, dann kannst du jederzeit rein. Okay? Die ersten beiden Aufträge waren schnell erledigt. Alles verlieb völlig reibungslos. Ich war effizient vorgegangen. Hatte die Spannung gefühlt. Und sobald der Gegenstand sicher bei mir war, hat er den wohligen Schauer empfunden. Und doch konnte ich mich noch nicht entspannen. Vor mir lag die dritte Aufgabe. Dieser Jonas aber... Irgendwas zwischen 40 und 50. Ein gefallene Wangen. Spärliches Haar. Auf dem Foto trug er einen schmuddeligen, schwarzen Mantel. Immer wieder sah ich ihn mir an. Auf dich könnte ich gerne verzichten. Mit sicherem Abstand war ich Yone Sava zum Bahnhof gefolgt. Sein Portemonnaie steckte in der rechten vorderen Tasche. Wo der Umschlag mit dem Dokument war, konnte ich nur vermuten. Ich versuchte im Geschiebe, möglichst nah an ihn heranzukommen. Als unsere Körper aneinander gedrückt wurden, öffnete ich den obersten Knopf seines Mantels und glitt mit der Hand hinein. Ich spürte seinen Atem. Er roch unangenehm. Meine Finger ertasteten so etwas wie einen Umschlag. Ich streckte sie, um ihn herauszuziehen. Da merkte ich, dass die Innentasche zugenäht war. Mein Herz verkrampfte sich. Ich zog die Hand schnell zurück. Er drehte mich einmal um mich selbst und ließ mich im Strom der Menge erneut an ihn heranschieben, um seinen Mantelknopf zu schließen. Was willst du? Keine Chance. Der Umschlag ist in Yone Sava's Mantel eingenehm. Ich habe Pech gehabt. War wirklich schade. Wir haben eine Ab... Was? Wir haben eine Verabredung. Na gut. Die Mutter und ihr Söhnchen. Lass ich leben. Wenn ich es nicht schaffe, habt ihr doch auch Probleme. Ich wusste gar nicht, wie sehr du am Leben hängst. Nimm es nicht so wichtig. Es ist alles nur ein Spiel. Ob du es schaffst oder nicht, macht für mich kaum einen Unterschied. Du bist nur einer von vielen. In drei Tagen soll Yone Sava wieder in Shinjuku sein. Versuch es dann nochmal. Und wenn es nicht klappt, dann müssen wir ihn halt töten. Wer? Ich möchte dich wiedersehen. Ich wusste, dass du dich melden würdest. Wann passt es dir? Morgen. Morgen um zwölf ist gut. Aber lass uns in ein Hotel gehen. Wer? Kaum auf dem Zimmer begann sie sich auszuziehen. Ich packte sie. Noch ein letztes Mal wollte ich den Körper einer Frau spüren. Sie stieg auf mich, krallte ihre Fingernägel in mein Fleisch und kamen mehrmals hintereinander. Dann stand sie vom Bett auf und öffnete nackt, wie sie war. Ein Spaltbreit in Vorhang. Da drüben neben dem Monaco hat eine Shopping-Mall aufgemacht. Schon gesehen? Wie wär's, wenn du den Jungen in Obhut geben würdest? Dir? Nein, in ein Kinderheim. Wär das möglich? Ich denke schon. Ist aber mit einigen Papierkram verbunden. Nein. Ich muss für eine Weile weg und kann den Jungen nicht mehr treffen. Das wäre vielleicht besser für ihn. Und dann gäbe es auch weniger Stress mit deinem... bei euch zu Hause. Ich will das nicht. Ich geb dir 500.000, wenn du den Jungen in ein Heim bringst. Wie bitte? Ich merkte, wie ich schon wieder scharf auf sie wurde und schaute weg. Also, mein Freund schlägt ihn in letzter Zeit oft. Daran stirbt er nicht, aber... Das ist schon so eine Art Misshandlung, oder? War das eben ernst gemeint? Ich habe genug Geld. Geh zu einer Beratungsstelle und bitte um Hilfe. Wenn du nur das Geld nimmst und den Jungen seinem Schicksal überlässt, bekommst du ein Problem, und zwar ein richtiges. Ich bin zwar weg, aber meine Kumpels behalten dich im Auge. Leute von der Yakuza, du verstehst. Ja? Ich wusste nicht, ob sie mir überhaupt zuhörte. Plötzlich fing sie an, meine Lippen zu lecken und von den fehlenden Großeltern zu faseln. Als ich das Geld aus dem Mantel nahm, war sie dann doch sehr überrascht. Du bist großartig. Wahnsinn. Ich freue mich so. Was kaufe ich mir denn? Ehrlich gesagt, wozu sind Kinder überhaupt... Die sind doch eigentlich nur am Anfang süß. Findest du nicht auch? Als ich zu Hause aus dem Taxi stieg, stand der Junge da. In den Händen hielt er eine Cola und einen Dosenkaffee. Den Kaffee, den ich oft trank. Wortlos streckte er mir die Dose entgegen. Ich habe mit ihr gesprochen. Falls deine Mama dich zu Hause behalten will und du das nicht möchtest, dann ruf diese Nummer hier an. Es ist ein gutes Heim. Die kümmern sich um dich. Du kannst dein neues Leben anfangen. Vergiss das Klauen. Egal ob Essen oder Geld oder sonst was. Warum denn? Hör auf damit. Vergiss es einfach. Hier. Ich habe was für dich. Was ist das? Eine Schatulle? Etwas, das ich nicht mehr brauche. Öffne die Schatulle erst, wenn es dir richtig schlecht geht. Wenn du Kraft brauchst. Wenn du denkst, du kannst nicht mehr und nur noch sterben willst. Ist das nicht toll, sowas zu haben? Und wenn die mir jemand klaut? Dann lass sie uns irgendwo vergraben. Wir kamen an einer Steinskulptur vorbei. Einer lachenden Frau, die wirkte, als wäre sie verrückt geworden. Mit unseren bloßen Händen und meiner leeren Kaffee-Dose gruben wir hinter ihr ein tiefes Loch in die Erde. Wenn du sie nicht mehr brauchst, gib sie einem Kind, das so ist wie du. Schweigend setzten wir unseren Spaziergang fort. Hör mal. Ich muss für lange Zeit weg. Weit weg. Wir können uns nicht mehr sehen. Vergeude dein Leben nicht. Und wenn es dir dreckig geht, kämpfe. Am Ende bist du der Gewinner. Der Junge nickte. Er nahm nie meine Hand. Aber auf dem Rückweg hielt er den Saum meines Mantels. Nach drei Tagen stand ich wieder auf dem Bahnsteig in Shinjuku und beobachtete Yone Sawa. Der Zug kam, Yone Sawa stieg ein, ich hinterher. Während ich vorgab, Zeitung zu lesen, tastete ich nach dem Messer in meiner Tasche. In Ikebukuro quetschte sich im letzten Moment eine Gruppe von Oberschülerinnen in Trainingsanzügen hinein. Yone Sawa fixierte sie sofort und drängelte sich an sie heran. Eine der Schülerinnen sträubte sich gegen seine Aufdringlichkeit. Mit zwei Fingern fasste ich den Stoff unter dem linken Ärmel seines Mantels und schnitt ihn langsam von oben nach unten auf. Doch auch so konnte ich nicht in die Innentasche greifen. Mir wurde heiß. Yone Sawa schien sich, weil es mit dem Annäherungsversuch nicht klappen wollte, aufs Begaffen der Mädchen zu beschränken. Mit angehaltenem Atem streckte ich meinen linken Fuß aus und stieß gegen das Bein einer Schülerin. Sie zuckte zusammen, schrie kurz auf und drehte sich zu dem überraschten Yone Sawa. Er zitterte ganz leicht. Noch einmal führte ich das Messer in den Schlitz und schnitt mit der Messerspitze Stück für Stück die Innentasche auf. Trotz der Anspannung blieb ich ruhig und zog den Umschlag heraus. Ein schneller Blick verriet mir. Er sah anders aus als das gefälschte Doppel. Da hielt der Zug. Yone Sawa stieg aus. Ich folgte ihm. Das Original war braun. Die Fälschung grün-weiß. Auf dem Bahnsteig hielt ich den Umschlag gegen das Licht. In ihm steckte ein zweiter. Ich öffnete ihn und atmete erleichtert auf. Er war auch grün-weiß, allerdings abgenutzt, während die Fälschung neu aussah. Yone Sawa hatte bereits den Bahnhof verlassen, stand jetzt auf dem Bahnhofsvorplatz und befühlte seine Manteltasche. Wieder und wieder. Schweiß lief mir übers Gesicht. Yone Sawa? Wer ist da? Vermisst du deinen Umschlag? Wer sind sie? Mit eingenehmten Sachen herumzulaufen, ist eher ungewöhnlich. Der Umschlag scheint viel Geld zu bringen. Wenn du ihn zurückhaben willst... Bist du einer von der Firma oder von Yardas Leuten? Sag mir, was in dem Umschlag ist. Warum sollte ich? Gib ihn zurück. Ich verbrenne ihn. Verdammt noch mal, gib ihn zurück, sonst bringen sie mich um. Er wird gerade ein bisschen nass. Habe Kaffee verschüttet. Ich befeuchtete meine Finger mit dem Dosenkaffee und verteilte die Flüssigkeit vorsichtig über den ganzen Umschlag. Hören Sie sofort auf. Macht richtig Spaß. Ich zahle. 300.000. Jetzt sind es bald nur noch Schnipsel. 500.000. Mehr habe ich nicht. Ich zerknitterte die Ecken des Umschlags und verglich ihn mit dem Original. Das Doppel sah jetzt abgegriffener aus. Okay. Arschlo. Hol jetzt das Geld von der Bank. Deponiere es in einem der Schließfächer am Osteingang der Maranochi-Linie. Leg den Schlüssel in den Getränkeautomaten neben dem Kiosk in die Entnahmeöffnung ganz rechts. Und komm nicht auf den Gedanken, das Schließfach zu überwachen. Ich kann dich gut sehen. Pass auf, was du tust. Warum sollte ich dir trauen? Wenn alles läuft, wie es soll, lege ich den Umschlag in das Schließfach und den Schlüssel zurück in den Automaten. Aus sicherer Entfernung konnte ich Jonas Savard sehen und wie er plötzlich davon eilte. Ich folgte ihm. Er verschwand kurz in einer Bank, überquerte dann den Platz und ging zurück zum Osteingang des Bahnhofs. Dort öffnete er ein Schließfach, legte etwas hinein und zog sich am Automaten ein Getränk. Durch den Osteingang ging ich wieder nach draußen und wartete auf ihn. Liegt er im Schließfach? In zehn Minuten, nicht früher. Ich nahm den Schlüssel aus dem Automaten. Im Schließfach lag tatsächlich das Geld. Ich legte den gefälschten Umschlag ins Fach, zog mir dann einen Kaffee und ließ beim Entnehmen der Dose den Schlüssel zurück. Die Anspannung fiel von mir ab. Doch noch war die Sache nicht erledigt. Erst wenn er die Fälschung nicht bemerkte, erst dann war es mir geglückt. Da sah ich ihn kommen. Jonas Savard öffnete das Schließfach, nahm den Umschlag und überprüfte ihn. Mein Herz stand still. Ohne noch einmal nachzusehen, steckte er ihn ein. Ja. Hast du ihn? Er sieht mitgenommen aus. Echt eine Schweinerei. Ich hatte dich gewarnt. Irgendwann begegnen wir uns und dann bringe ich dich um. Ich legte auf und alle Kraft wich aus meinem Körper. Gerne hätte ich jetzt eine Zigarette geraucht, als ich eine Aufregung hinter mir bemerkte. Jonas Savard hat einen jungen Mann gepackt, der mit dem Handy telefonierte. Es wäre einfach für mich gewesen zu verschwinden. Da fiel mir seine Knarre ein. Ich drehte mich wieder zu ihm um und ließ sein Handy erneut klingeln. In diesem Moment trafen sich trotz der Entfernung unserer Blick. Mein Puls bochte wie well. Jetzt die Verbindung zu kappen, hätte mich verraten. So gelassen wie möglich stecke ich die Treppe hinauf. Ach du also. Wie bitte? Wo ist das Geld? Der Umschlag gehörte mir. Hören Sie auf, ich bitte. Ich kenne dich von irgendwo her. Arbeitest du für die Firma? Du bist es, du musst es. Entschuldigen Sie bitte. Was ist denn? Scheiße, ich mach dich kalt. Jonas Savard drückte mir etwas in den Magen. Ich wusste, dass es die Pistole war. Im selben Moment begann er in meinen Taschen zu wühlen. Trotz der Gefahr erschossen zu werden, dachte ich an Flucht. Da tauchte plötzlich ein Mann neben Jonas Savard auf. Mr. Yadar entkommt niemand. Endlich haben wir dich, Jonas Savard. Jonas Savard versetzte dem Mann blitzartig einen Faustschlag und stimmte davon. Hau ab, sagte mir eine innere Stimme, aber da umklammerte der Typ bereits meinen Arm. Nicht schlecht. Warum verfolgt er nicht ohne Savard? Du hast es tatsächlich hingekriegt. Ich habe alles mitbekommen. Auftrag von Kisaki. Auf der Straße wartete ein Auto auf uns. Wir stiegen ein. Der Mann zog seine kugelsichere Weste aus, lachte und versicherte mir, was für ein Gewinn ich für Kisakis Gang wäre. Ja? Hast du ihm den Umschlag gegeben? Noch nicht. Du bist vorsichtig, das gefällt mir. Gib ihm deine Beute. Und dann kommst du erst mal zu mir. Maijima bringt dich her. Als wir auf dem Parkplatz hielten, ließ mich der Typ zuerst aussteigen. Er bedeutete mir, den Weg zwischen den Gebäuden zu nehmen. Das war kein Weg, eher eine Lücke zwischen Geschäftshäusern. Mir war die Sache nicht geheuer. Doch ich hatte keine andere Wahl. Ein Mann kam mir entgegen. Ich wollte zurück. Von hinten näherte sich dieser Maijima. Warum ist er plötzlich so groß? Dachte ich und drehte mich wieder um. Da wurde direkt vor mir ein Schirm aufgespannt. Als mich seine Spitze im Bauch traf, spürte ich eine gewaltige Hitze. Ein rasender Schmerz, als würde eine Hand meine Innereien zerquetschen. Ich sagte zu Boden. Der Schmerz breitete sich aus. Ich sah Schuhe vor mir und versuchte, den Kopf zu heben. Aber es gelang nicht. Dumm gelaufen. Und das, obwohl deine Arbeit perfekt war. Du fragst dich jetzt sicher, warum. Jemand zog mir rabiat meinen Mantel aus. Ich wurde zur Seite gerollt. Konnte nicht mehr atmen. Ich hatte von Anfang an entschieden, dass du an diesem Ort sterben wirst. Wir brauchen hier eine Leiche. In ein paar Stunden wird sich alles klären. Schade, dass du das nicht mehr erleben kannst. Denn, oh ja, spannende Zeiten brechen an in diesem Land. Das ganze System wird sich ändern. Auch das einfache Volk wird es spüren. Die Hölle ist überall. Schau mal. Jetzt zittere ich sogar ein wenig wegen dir. Erinnerst du dich an die Geschichte mit dem Jüngling? Hier kommt niemand vorbei. Es ist aus. Ich wette, du hast keine Ahnung, warum alles so gekommen ist. Glaubst du an Schicksal? War ich der Herrscher über dein Schicksal? Oder war es dein Schicksal von mir beherrscht zu werden? Von mir beherrscht zu werden. Er gab mir einen letzten Tritt. Schon bald konnte ich seine Schritte nicht mehr hören. Ich versuchte mich an der Wand halbwegs aufzurichten und das herausseckernde Blut zu stoppen. Als der Schmerz noch größer wurde, dachte ich, ich will nicht sterben. So will ich nicht sterben. Bilder von dem Jungen und Ischkawa tauchten auf. Ich sah mich selbst, wie sie sich im Gedränge in meine Hände bewegten, wie sie nach Brieftaschen griffen. Wann war mir aufgefallen, dass meine beiden Hände fast alles gleich gut beherrschen? Möglich, dass mir diese Fähigkeit in die Wiege gelegt worden war. Vielleicht hatte ich sie aber auch erst mit den Jahren entwickelt. Da hörte ich Stimmen junger Frauen. Wenn ich ein Gegenstand warf, würden sie mich vielleicht bemerken. In meiner Hosentasche fand ich tatsächlich noch eine 500-Jen-Münze. Wann und wem ich sie gestohlen hatte, wusste ich nicht. Es musste unbewusst geschehen sein. Ich lächelte. Hände, die unbewusst nach Geld suchten, waren ein gutes Zeichen. Ich sah, basta, unterschätzt, Taschentieb. Mit letzter Kraft klemmte ich die Münze zwischen zwei Fingern. In der Ferne stand majestätisch und nebelumhüllter Turm. Dann schleuderte ich die Münze in die Luft. Die blutrot gefärbte Scheibe schob sich vor die Sonne und leuchtete schwarz am Himmel. Der Dieb Kriminalhörspiel nach dem Roman von Huminuri Nakamura. Es spielten Nishimura Steven Scharf Mutter Katrin Wichmann Ihr Sohn Enno Lunke Kisaki Matti Krause Sein Handlanger Maijima Johann Jürgens Ishka war Axel Wandke Yonesa war Peter Molzen Komposition und Ebers Janko Hanuschewski Saxophon Leonhard Huhn O-Tonaufnahmen in Japan Malte Jaspersen Ton und Technik Martin Eichberg und Christoph Richter Regieassistenz Stefanie Heim Bearbeitung und Regie Heike Tauch Produktion Deutschlandfunk Kultur 2019 Kompießen Untertitelung des ZDF, 2020